Monatsangebot, ein ungewöhnlicher Sendestart so und zu an einem Samstag, glaube ich, haben wir auch Premiere hier bei AstroTV. Sonntag sind wir schon mal öfters mal da gewesen, Samstag ist allerdings wirklich ein ungewöhnlicher Sendeplatz und gleich sind wir auch schon wieder weg. Dann sehen wir uns zwar morgen wieder um 17 Uhr zum nächsten Shop mit Gabriele Iazetta und das ist vielleicht so ein bisschen beruhigend zu wissen, denn für alle, die heute noch leer ausgehen sollten, wenn es um unser Monatsangebot geht, dann können wir morgen noch mal als Tageskontingent, wenn es um die Armmänder geht, 200 Stück anbieten. Denn wir mussten schon limitieren. Die Nachfrage in diesem Monat ist schon so groß gewesen, dass du nämlich diese Monatskollektion das allererste Mal nicht bei AstroTV als Premiere präsentiert hast, sondern in deinem eigenen Online-Shop und da war die Nachfrage riesig. Also wir wissen nicht, wie viele von unseren 200 Stück, die wir heute als Tagesangebot anbieten konnten, noch da sind. Ich glaube, wir sind weit unter 80, weit unter 50, aber fragen Sie da bitte gerne noch mal nach. Ein paar sind noch da. Das ist die Info, die wir bekommen haben. Ob von den Long-Ketten und von den Kurzketten noch was im Angebot ist, das wissen wir nicht. Da bitte unter der gebührenfreien Telefonnummer nachfragen, denn wir können in diesem Monat die Ketten alleine gar nicht anbieten, sondern wirklich nur in der Kombination mit dem Armband, was wir aber aus Erfahrung wissen, was die meisten eh nutzen, denn man bekommt quasi in unseren Sets ja die Armbänder als Geschenk dazu, zu wirklich diesen kleinen Preisen. Also schnell sein lohnt sich in diesem Monat, weil wenn weg, dann weg. Und es ist so, du bist auf immer mehr Plattformen, auf immer mehr Portalen zu sehen, aber das heißt ja nicht, dass du immer mehr Schmuckstücke dadurch herstellen kannst, weil die Steine, die sind ja trotzdem rar und es sind natürlich immer nur kleine Mengen in dieser Qualität. Ja, und ich habe wirklich seit Jahren nach einem Türkis gesucht und jetzt darf ich Ihnen einen echten Türkis das erste Mal überhaupt anbieten. Wir alle, wahrscheinlich wenn Sie mal am Meer Urlaub gemacht haben, egal ob es Spanien, Griechenland oder Italien war, man findet dann oft so türkise Steinketten oder auch Armbänder und da freut man sich, dass man so einen Türkisen hat und dann legt man die in die Sonne oder die gehen ins Wasser und dann merken Sie, das wird immer weißer und weißer und irgendwann haben Sie einen weißen Stein, weil es fast keinen echten Türkis gibt. Zu 99 Prozent sind die angebotenen Türkise gefärbte Steine oder synthetisch hergestellt. Und deswegen habe ich jetzt wirklich jahrelang, jahrelang muss ich sagen, nach einem Türkis gesucht. Und jetzt ist es das erste Mal, dass ich Ihnen den anbieten darf. Jetzt ist es so, dass ich von den Longketten, die brauchen ja die meisten Steine, habe ich, sonst biete ich das ja auch noch immer bei Chandler 21 an, da kann ich es gar nicht mehr anbieten. Das sind wirklich die letzten. Und wenn Sie ein Longketten-Set haben wollen, dann überlegen Sie wirklich nicht, denn es ist ja etwas ganz Besonderes, einen Türkis als Longkette zu haben. Werden Sie einen echten Türkis, bin ich mir fast hundertprozentig sicher, nirgendwo anders zu finden und vor allem nicht zu diesem Preis. Aber der Türkis, das ist der Beschützerstein, das ist der Stein, der kraftvolle Glücksbringerstein, der kraftvolle Schutzstein, der, wo man sagt, das ist der Stein, der vor kommenden Gefahren schützt. Das kann man auch im Internet und in Heilsteinebüchern nachlesen. Es ist der Stein, der, und das liest man auch in Heilsteinebüchern oder im Internet nach, dass er besonders seine Wirkung am Halschakra oder Herzchakra ausbreitet. Und da sind natürlich die Ketten ganz besonders wichtig und interessant. Die Leitungen sind schon wieder voll. Wir verabschieden uns in knapp 13 Minuten. Das bedeutet, ich muss es einmal ganz kurz dazu sagen, dazu wurde ich gerade auch von der Regie gebeten, wenn wir uns verabschiedet haben, bedeutet das nicht, dass das Callcenter sich auch verabschiedet. Das heißt, wenn wir Tschüss gleich nachher sagen, bitte trotzdem in den Leitungen bleiben, bitte trotzdem nochmal probieren, bitte trotzdem nochmal anrufen, denn es kann zu Wartezeiten kommen. Und das liegt daran, dass in diesem Monat die Nachfrage, glaube ich, ungebremst groß sein wird und wir dieses wirklich ganz besondere Angebot wirklich nur anbieten können, solange der Vorrat reicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das auch wirklich bis zum Ende der Sendung, bis zum Ende deiner Monatswoche überhaupt anbieten können. Ja, also bei den Longketten hundertprozentig nicht. Da kann es sein, dass die schon weg sind, dass sie heute in den Ausverkauf gehen, spätestens morgen, weil es nur eine ganz, 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 ganz kleine Stückzahl gibt, weil Longketten ja die meisten Türkise gebraucht werden, um die zu verarbeiten. Jetzt ist der Türkis also wirklich ein echter Türkis, extremst selten zu finden, denn der besteht aus einem Mineral, das ist ein Kupfer-Aluminium-Sulfat und deswegen hat er diese türkise Farbe und deswegen leuchtet diese Farbe so. Und ich weiß eben auch schon aus dem Vorfeld, dass auch sehr gerne Männer diese Farbe tragen, wenn sie sagen, das wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für meinen Partner oder ich habe selbst ein größeres Handgelenk oder ein kleineres. Wir fädeln auch nach Wunsch, dann geben Sie im Callcenter bitte Ihre Wunschgröße bekannt, das kostet Sie keinen Cent mehr. Das ist immer mein Kundenservice für Sie. Es ist auf jeden Fall der Stein, der befreit die Seele, der schützt die Seele, der befreit den Körper vor negativen Einflüssen, der befreit die Seele von negativen Einflüssen. Man sagt, es ist der unterstützende... Die Leitungen explodieren gerade und das Problem ist, wir können heute wirklich nicht mehr allzu viele anbieten. Also Long-Kette, fragen Sie da bitte nochmal nach, ob es die im Set überhaupt noch gibt. Wenn wir die heute schon in den Ausverkauf gebracht haben, dann ist sie morgen nicht mehr da. Also für alle die, die wirklich sich für diese Variante entscheiden wollen, zu diesem Preis. Also wirklich nicht lange zögern. Wir konnten von der Kurzkette nur 60 Stück im Set heute anbieten. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob noch welche da sind. Die Armbänder, weiß ich auch nicht, ob die doch die nächsten 10 Minuten ausreichen. Aber wirklich nochmal nachfragen. Ansonsten, wer heute wirklich leer ausgehen sollte, außer bei der Long-Kette, weil wenn die weg ist, dann ist sie wirklich weg. Die haben aber morgen nochmal die Chance wirklich zuzugreifen. Um 17 Uhr, da sehen wir uns wieder, das als kleiner Hinweis. Aber wir können nicht mehr anbieten, Gabi, weil, und das tut die auch in der Seele nicht. Also das kannst du, was ich schon probiert habe. Aber es ist halt wirklich dieser Stein und es ist eben nicht so, dass dieser Türkis überall rumliegt. Denn Gabi ist seit vielen Jahren auf der Suche nach genau dieser Qualität, nach diesem Stein. Und endlich konnten wir es anbieten, aber eben nur begrenzt. Ja, deswegen, also ich habe wirklich alles woanders weggenommen, damit ich Ihnen hier auch noch diese Long-Kette anbieten kann. Und es ist nicht nur ein schöner Stein, es ist halt auch wirklich ein enorm, wirfungsvoller Stein. Gucken Sie sich die Augen heute bitte von Gabriele Viasetta an. Ich meine, diese Augen, ich meine, du leuchtest ja immer, wenn du hier in Berlin bist, weil du durch deinen Schmuck natürlich auch wirklich leuchtest. Aber die Augen leuchten jetzt, glaube ich, ein bisschen Türkis, oder? Ja, aber es ist wirklich so, dass natürlich, und das wissen wir ja, wenn wir Garderobe tragen, die zu unserer Augenpartie oder zu unseren Augen passen, dass das natürlich irgendwie ausstrahlt. Aber jetzt ist es ja wirklich eine zarte Kette, die du da trinkst. Und trotz alledem spürt man, wie wirklich diese Kraft, diese Energie und natürlich auch das Türkis nach oben steigt. Ja, das leuchtet schon enorm, oder? Das hat eine Farbenkraft. Das ist so schön, dass es ja auch wirklich nicht nur in diese dunkle Jahreszeit reinpasst, sondern sie passt genauso im Sommer. Wenn man in den Urlaub fährt, da will man sich vielleicht auch beschützt fühlen. Oder wenn man irgendwie auch im Sommer irgendwie draußen ist, vielleicht irgendwie ein bisschen später nach Hause kommt, laue Sommernächte, da ist man vielleicht dann auch alleine. Ja, aber man möchte trotzdem irgendwie diesen Beschützer dabei haben. Ja, und man hat irgendwie hier 365 Tage natürlich den Beschützer bei sich. Ja, weil dieser Stein eben auch, ja Steine haben Mineralstoffe, die wirken natürlich auf sie, die bringen sie in eine Energie hinein. Und es ist aber auch ein Stein, der eine hohe körperliche Wirkung hat. Man sagt ihm nach, das kann man in Heilschnübüchern oder im Internet nachlesen, dass der eben schmerzlindernd wirkt, dass er krampflösend wirkt, dass er auch gut für die Knochen ist. Wenn man zum Beispiel Gicht und Rheuma hat, dann spürt man das ja besonders in den kalten Monaten. Und da ist der Stein wieder auch empfohlen zu tragen. Also es ist ein Stein, der entzündungshemmend ist, also der hat eine hohe körperliche Wirkung. Sie bekommen ja immer mit dazu auch meinen Beipackzettel mit den positiven Nebenwirkungen. Also falls Sie es als Geschenk verschenken möchten, dann bekommt der Beschenkte auch gleich eine Information, was der Stein alles kann. Wenn Sie schon viele Armbände oder Ketten haben mit meinen Beipackzetteln, dann haben Sie sicher schon ein richtiges Heilsteine-Lexikon zu Hause. Es ist eben wirklich ein ganz großartiger Stein, der Türkis. Der ist nicht nur optisch schön, sondern der hat eben auch wirklich eine besondere Kraft. Und die sagt man eben, man sagt ihm auch nach, dass er vor kommenden Gefahren schützt. Also das ist fast als Überschrift bei, wenn man ihn googelt zum Beispiel, dann ist das fast immer einer der ersten Sätze, die man eben nachlesen kann. Er stärkt aber ihre Intuition, ihren Mut einfach wieder, ihre Tatkraft wieder, das Leben in Angriff zu nehmen. Denn das kann ja sein, dass die Weltsituation einem das ein bisschen genommen wurde, dieser Mut, diese Tatkraft, dieses Losstarten wollen. Und da ist natürlich auch der Stein ein großartiger Unterstützer. Er baut Stimmungsschwankungen ab, er bringt sie wieder in die Schaffenskraft. Er gibt ihnen einfach enorm viel Energie, körperlich wie seelisch, aber gleichzeitig eben dieses Gefühl, alles was du magst, ist gut. Ich beschütze dich, ich bin bei dir und das machen ja Heilsteine überhaupt. Das sind lebenslange Begleiter, die geben einem ein Leben lang Energie. Denn die sind von der Natur entstanden. Ich sage immer, der liebe Gott hat uns die Heilsteine geschenkt auch, dass sie uns unterstützen, dass sie sie unterstützen, auf all ihren Wegen auch. Und natürlich gibt es verschiedene Heilsteine mit verschiedenen Wirkungen, aber jeder dieser Heilsteine, irgend so ein Thema, mal, dass man sich sicher fühlt, das kommt immer wieder ins Leben hinein. Die Leitungen sind voll und das ist jetzt für heute die letzte Chance. Wir starten gerade in diesem Monat, deswegen kann man da ein bisschen beruhigt sein. Man kann auch mal eine Nacht drüber schlafen und morgen um 17 Uhr nochmal reingucken, denn morgen gibt es ein weiteres Tagesangebot. Also auch da stellen wir natürlich die Armbänder nochmal vor. Aber wir mussten eben seit der ersten Stunde heute anfangen schon zu limitieren, denn würden wir das nicht tun, dann wäre wahrscheinlich schon wirklich das Angebot vergriffen. Und deswegen jetzt wirklich schnell sein, wer sich heute schon für das Beschützerarmband entscheiden möchte. 200 Stück können wir heute anbieten. Wenn die dann weg sind, sind sie weg. Bei den Long-Ketten könnte es schon ganz anders aussehen. Die könnten bereits ausverkauft sein. Fragen Sie da bitte im Callcenter nach. Die Preise sind unschlagbar. Und es gibt auch noch die Kurzkette. Da konnten wir heute 60 Stück im Set anbieten. Einzelnen gar nicht mehr bestellbar, denn mehr Steine hast du nicht bekommen. Du hättest gerne natürlich diese größere Kollektion angeboten. Aber man muss auch wirklich dazu sagen, Gabriele Iazetta, mittlerweile nicht nur hier bei AstroTV zu finden mit ihren Schmuckstücken, sondern bei Channel 21 jetzt schon seit einigen Jahren. Neu dazugekommen ist die Schweiz. Die wollten das auch haben. Ganz neu dazugekommen ist dein eigener Online-Shop. Und da gab es die Premiere am Donnerstag. Und da haben sie dir wirklich auch schon hier die Armbänder aus den Händen gerissen. Und aus diesem Grund in dieser Woche wirklich, wir haben schon, oder du hast schon für die AstroTV-Zuschauer, die größte Kollektions-Zeit gelegt, weil sie dir am wichtigsten sind. Das sind deine Begleiter, deine Beschützer seit vielen Jahren. Und jetzt willst du es ihnen eigentlich auch zurückgeben. Genau, deswegen gibt es bei Channel 21 dann die Long-Kette gar nicht mehr. Oft sagen wir, ja, dann nehmen wir es weg. Dann nehmen wir es weg. Klauen wir es denen. Ja, habe ich schon gemacht. Also im Vorfeld schon. Klauen wir es schon weg. Deswegen, also es sind wirklich die allerletzten. Und ich weiß, es gibt dann immer am nächsten Tag Anrufe bei mir in meiner Firma. In der Schweiz kannst du es gar nicht präsentieren. Da kann ich es gar nicht präsentieren. Und die haben mich gefragt, ja, das ist so schön, das wollen wir auch haben. Vielleicht da kurz der Hinweis auch für unsere Schweizer Fernsehzuschauer. Die sollten jetzt wirklich zugreifen. Denn wenn weg, dann weg. Also es ist wirklich diese Kollektion so, so klein. Deswegen wirklich hier exklusiv nur in deinem Online-Premieren-Shop und jetzt hier bei AstroTV. Und da sollte man wirklich zugreifen. Die Preise sind natürlich die Preise, die man von Gabriele gewohnt ist. Aber es sind Preise, so werden Sie so einen Stein nirgendwo anders finden, wenn man ihn überhaupt findet. Ja, also in echt, ich kann wirklich sagen, zu 99 Prozent sind alle Türkise, die man irgendwo findet, gefärbte Steine oder eben synthetisch hergestellt. Einen echten Türkis habe ich jetzt über drei Jahre gesucht, weil ich den Stein selber so fantastisch finde. Und ich mir gedacht habe, ich möchte unbedingt Ihnen mal einen Türkis anbieten. Und deswegen freue ich mich auch, wie ein Schneekönig sagt man in Wien oder in Österreich, dass ich das jetzt möglich gemacht habe, dass ich Ihnen eben diesen Türkis anbieten darf. Das ist wirklich eine ganz besondere Kollektion. Und die ist auch so wichtig, genau jetzt in dieser Zeit, dass man seinen Beschützer hat, seine Themen auch beschützt hat. Also nicht nur vor Gewalt schützen, sondern auch sich seelisch schützen. Sich seelisch zu schützen vor allem, was da draußen oder was medial auf uns einfällt, das macht ja etwas mit uns. Und da ist es natürlich wichtig, dass unsere Seele auch beschützt ist. Bleiben Sie bitte in der Leitung, auch wenn wir uns in zwei Minuten verabschieden, dann wie gesagt, das Callcenter, das ist noch ein bisschen länger besetzt. Also auch da gerne nochmal die Bestellung abgeben. Es kann zu Wartezeiten kommen, aber nochmal der Hinweis, die Nummer ist gebührenfrei. Und Sie sollten sich wirklich dieses Angebot nicht entgehen lassen. Denn es ist wirklich dieser Stein, der bei den Menschen genau wirklich ins Herz trifft. Also das ist schon verrückt, weil er ist ja doch außergewöhnlich. Und er ist schon kräftig und er ist schon knallig. Aber es ist ja das Schöne. Ja, der Menschen spüren das. Also ich finde, der erinnert mich sofort an meinen Urlaub, wenn ich am Strand sitze und auf das Maragd türkisblaue Meer, dann kommt ja auch so, es geht mir gut. Es ist alles in Ordnung in meinem Leben. Und genau in dieses Gefühl bringt Sie dieser Stein auch wieder. In dieses, dass alles gut ist im Leben, dass Sie sich beschützt fühlen, dass nichts passiert und dass Sie daraus wachsen können. Denn in diesem Gefühl der Kraft des Beschütztseins, daraus wachsen wir ja auch immer. Nur dann entsteht Neues in uns. Nur dann sind wir mutig genug, dass Neues entstehen kann. Und das macht dieser wunderbare Stein mit Ihnen. Und man kann ihn jetzt noch probieren zu bekommen. 0800 222 7330. Wenn es um das Armband geht, bitte gerne auch nochmal nachfragen, wenn Sie sich doch für die Ketten entscheiden wollen. Bei der Long-Kette könnte es heute wirklich die letzte Möglichkeit sein. Wer weiß, ob wir morgen überhaupt noch welche im Programm haben. Dann definitiv morgen das letzte Mal. Aber nachfragen, es lohnt sich auf jeden Fall. 189,99 Euro. Das sind eigentlich Preise, da würde man wahrscheinlich das Armband noch nicht mal wirklich finden bei einem Juwelierhändler. Es gibt die Kurzkette noch, da konnten wir 60 Stück anbieten. Ob da noch welche da sind, wir wissen es nicht. Das Callcenter weiß Bescheid. Einfach nochmal nachfragen. Auf jeden Fall jetzt noch in der Leitung bleiben, wenn das Callcenter noch nicht in Verbindung mit Ihnen ist. Denn die sind noch ein paar Minuten länger da. Für uns heißt es quasi schon wieder fast Bussi und Baba. Ja, das heißt es, aber wir kommen morgen wieder. Genau, wir sind die ganze Woche für Sie da, allerdings ein bisschen verkürzter. Nämlich am Donnerstag ist Abreisetag. Hat vielleicht was mit dem 11.11. zu tun, Frau Inna Setter. Genau, das hat es zu tun. Genau, da wird nämlich wieder gefeiert. Jetzt können Sie sich feiern, wenn Sie noch ein schönes Produkt gesichert haben. Ansonsten, wenn Sie leer ausgegangen sind, morgen nochmal versuchen. 17 Uhr, vielen Dank für das Zielgruppe. Schönen Abend. Danke. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Ja, es ist so schön. Super, super. Schön, wir suchen es zu hören.